Peace Leute Basketball, ich und Marvin und Calvin und heute sind wir wieder im Jump Post, wir sind immer noch hier. Wir haben uns schon warm gesprungen, man sieht es wahrscheinlich. Und jetzt die zweite Challenge, beziehungsweise mehrere Challenges wieder. Diesmal andere Geräte und zwar, wer am längsten aushält oder so, am Ende gibt es halt eine Strafe. Erste Challenge ist hier, wer hier länger überlebt sozusagen. Genau, man muss hier ducken und springen. Das Ding geht immer schneller, wir können ein Go geben, dann macht der Kollege hier schneller. Ja. Und ja. Das ist lustig. Ah, das ist aber richtig. Das ist ein Traum. Boah. Der Kick. Lieb schon mal. Setz dich mal noch einen Traum auf, langsamimpressionen. Ist denn, okay. Das ist ein Traum. Kann ich auf den Körper liegen? Ja, es gibt Anthony McMahon. Das wird sagen schneller, oder? Ja, noch schneller. Ja, das konnte er auch nicht mehr. Erste Challenge hat Calvin verloren, 1,5 für Marvin. Boah, ich bin am Arsch. Kleines Päuschen, dann geht's weiter. So, nächste Challenge war hier. Hat jeder so sein Feld und vier Bälle, würde ich sagen. Ja, jeder vier. Wir haben so Völker bei Style. Wer einen mehr trifft, der gewinnt. Immer abwechselnd. Soll ich, ich darf werfen, du darfst ausweichen? Genau. Und dann, wer mehr trifft, der gewinnt. Okay, erstes Versuch. Ich muss ausweichen, ich muss auf diesem Feld hier bleiben. Du musst dich festen. Boah, das ist schwierig. Okay. Ready? Ja. Da muss ich dann auf dem Sprung werfen. Ja. 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 Okay, ja, war ja. Ja. Okay. Wie ist das? Ja. Buss aus. Waren gut? Das war gelähmt. Ich konnte nicht so... 3-1. Kurze Challenge. Jeder hat zwei Bälle. Also zwei Chancen. Und du kannst überall hinjumpen, wo du willst. Du musst dich treffen. Richtig. Du musst dich in der Hand halten. Ich glaube jetzt, du hast einen. Ja, ist egal. Alles klar. Ich bin hier auf der Feld. Ja? Nee. Du hast beide geworfen. Ja, eins. Komm mal rein jetzt, ne? Alles getroffen? Nein. Schau? Ja, alles. Komm mal rein. Ja. Ja, du bist... Ja, du bist... Ja, du bist... Ja. Okay, du hast die erste Challenge gewonnen. Leute, Trampolin-Springen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist echt anstrengend. So Leute, hier sind drei Bahnen. Das ist die härteste. So, wir machen jetzt die dritte. Die schwerste Bahn machen wir jetzt. Und ja. Schnittstagschub, wer anfängt. Schnittstagschub. Fangen an. Du fängst an? Okay. Macht deinen Namen. In aller Ehre. Leute, folgt mit Instansnap. Köln. Kritik. Go. Köln. 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 Das haben wir leider beide verkackt. Wir machen jetzt die mittlere Stufe. Ist glaube ich mehr machbar. Sieht irgendwie härter aus. Köln. 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 Ja, ein bisschen langer, das hat ich geschafft. Ja. Ja. Ich habe gewonnen, die ganze Challenge. Du kriegst die Strafe. So, bestraft worden, mein Junge. Ja, bist du bereit? Ich habe schon den Gürtel in der Hand, Leute. Drei Gürtelschläger auf den Arsch. Ganz gelieb. Einmal überbeugen, bitte. Okay, komm. Erster Schlag. Erster Schlag. So. Nummer 2. Rocky, du musst weg. Er wird beschützen. Ja, Rocky will dich beschützen. Ja. Wir sind ein Team. Ich schütze mich nicht. Deine Beschützer. Ja, hör doch auf, wir sind jetzt besetzt. Aber jetzt muss ich mein Mann stehen, Rocky. Hast mit dir. Okay, Nummer 2. Bist du bereit? Und. Ah, ja. Oh, ja. Schnell jetzt, ey. Letzter Schlag, Leute. Und. Ah. Oh, wie das ist. Okay. Das war die Strafe und die Challenge, Leute. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und Leute, wenn ihr nochmal wollt, dass wir in die Trampierhalle gehen, dann machen wir auf jeden Fall mit. Und hauptsächlich sogar Flips. Genau. Nur Trick Shots. Dann wird's nur Backflips und so weiter gehen. Ja, aber. Geile Scheiß. Genau. Gebt dafür einen fetten Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt. Auf jeden Fall. Folgt uns auf Instagram und Snapchat. Einmal hier. Macht fit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für Updates. Alles Mögliche. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Erster Link. In der Beschreibung. Geht's geilen Stuff. Checkt's ab, Leute. Und noch schöne Grüße an Michel. Michel. Danke dafür. Wenn ihr auf uns begrüßt halten möchtet, müsst ihr uns einfach noch abonnieren. Direkt wenn ihr auf das Glöckchen klickt und dann noch aktivieren. Kriegt immer eine neue Nachricht. Wenn das Video auch gleich nach. Geiler Surfs. Yes. Dann schreibt mir gerne unsere Hashtag Glocke aktiv. Und wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau. Mit ein bisschen Glück bleibt Michelle hier wieder und grüßt euch. Bis morgen. Bis morgen.